That's how long I've been Yo, moin leute und herzlich willkommen zurück zu Our Transformator 2 Ja, wie ihr seht Scheiß kreis schichte Hab ich meine Karre gettuned Ich bin ja an der Lackierung Es war jetzt los Ich geh jetzt davon rein Und wir werden so gut dann auch unsere Fahrt weitermachen Wir haben eine Fahrt von Georgien nach Edinburgh Also Aha Äh, scheiß drauf Also nach England so Es sind 800km Sind es aber eigentlich nicht Weil wir ja über die Fähre müssen Die sich genau Moment Gar nicht so weit weg befindet eigentlich Hier Genau zu sagen Und erfahren wir jetzt finden Kauf ich zumindest Ich hoffe auch noch, dass mein Schweichernis gerade so voll ist Weil ich eben Über 2 Stunden schon aufnehme Ich muss gerade auch kurz nur meinen Nerven nackt Äh, fähre ich mit Schabinka? Ja, das mach ich mit Nerven Aber ich krieg noch nicht meinen richtigen Flinker So, jetzt gehts ab Richtung Edinburgh Ja Das ist so eng Das schwank mir jetzt schon Auf der rechten Seite Äh, linken Straßenseite Fangen Oh, nee Naja, was Was gut da muss, sag ich nur Schraub Entschuldigung Sauf bei Naube Für mich Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht In die Haute Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Unfall Ich will nicht Sorry, wenn ich jetzt gegen das Mikrohörn habe. Dann ist er immer nach rechts Richtung Fähre. Oder erst mal hängen bleiben. Beste Lösung. Erst mal hängen bleiben. Oh Gott. 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 He will not nur for five. So. Tränen. Wurde ausgeladen. Hab ja aus Windows E gedrückt. Fail. Okay, hier war ich anscheinend mal auch noch nett. Also das ist nur ein Schlafplatz. Äh, okay. EU und Holland. Wieder gesagt Niederlande Flagge. Scheint dann gleich da zu sein, an der Fähre. Ich hoffe es zumindest. Aber vorher komm ich mir nochmal das Ziel an, wo ich genau hin muss. Ich muss da oben hin, dann würde ich hier hinfahren. Alles klar. Das wollte ich jetzt noch wissen. Und wir haben es halb eins. Oder sagen wir 20 vor eins in der Nacht. Oder in der früher. Und es ist kurz nach drei. Also Tage, kurz nach drei ist so. Da kommt ja schon wieder so ein Ding. Egal. Ich geb Gas. Wenn ich da dran ruf, dann vorbeikomme. Wenn ich da dran ruf, dann vorbeikomme. Oh. 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 Ich best know. So. Der Tankstelle? Ich brauche aber nicht Haken, ich habe noch genug Sprit. Ich habe mir gerade das Gefühl, dass die Zeit dauern. Na doch, ok, so. Tagen will ich jetzt nur nicht, ich habe noch genug. Sorry Leute, dass ich gerade wieder mitzinge, aber ich weiß nicht was ich noch weiter labern soll. Deswegen würde ich mir sagen, konzentrieren wir uns noch auf die Fahrt. Bringern das irgendwie heile. Äh, zu Ende? Weiß ich mal, dass ich jetzt aussprechen soll? Wir bremsen hier mal langsam ab. Ich mag so eine Kurve, wo es runter geht. Eigentlich eher weniger.